Hallo alle zusammen, es ist so ein Privileg für mich, dass ich mein Herz mitteilen darf mit euch allen. Und so bete ich jetzt einfach auf das, was auf meinem Herzen ist, dass wir wach sind und wachsam sind, was die Stimme des Herrn sagt. Dass wir die himmlischen Töne hören, was gerade Widerhalt auf der Erde. Dass wir als Leib und als Individuen offen sind und das hören und dem zuhören und darauf reagieren, was er sagt. Und das bete ich auch für mich selbst, dass ich wach bin und höre, was er sagt in dieser Stunde. Gott, ich bitte dich, dass wir in dieser Zeit wach sind, wachsam sind, wirklich voll hingegeben dem sind, was du sagst, überall auf der Erde. Und ich bete, dass du einen Leib findest, der bereit ist und der es verlangt, deine Stimme zu hören. Dem es verlangt, zu hören, wofür dein Herz schlägt. Und ich bete, dass da ein Widerhall, ein Ja ist von deinem Leib, von deinen Kindern, von überall auf der Erde. Ein Ja, ein Ja, ein Ja, wir werden gehen, wir sind bereit. Und was auch immer du für uns vorbereitet hast, das ist mein Herz und das ist mein Gebet und das will ich weiterhin hochhalten. Mittelpunkt Und wie beim